So, Servus und Willkommen bei einer neuen Folge von Cuphead. So, im letzten Mal haben wir ja versucht, das Level jetzt mal schaffen, was wir noch nicht geschafft haben. Versuchen wir's heute mal. Naja, Sprinten und Ballern. Das krieg man heute, denk ich, doch schön, diesmal. Ah, jetzt lad halt. Und los geht's. So. Ahaha, bis jetzt haben wir's, bis jetzt hat's hingehauen. Oh, Glück gehabt jetzt. Ja, jetzt komm halt. Ach Gott. Naja. Für mindestens. Hab ich jetzt noch kein Leben verloren. Das ist das Wichtigste. So, jetzt kommen wieder diese Schießdinger hier. Ja, bis jetzt läuft's ja. Nein, na, so viel zu, es läuft ja. Ja, so viel zu, es läuft ja. Ey, was ist denn jetzt los. Ey, das gibt's ja gar nicht. Bis jetzt hat's so kurz hingehauen. Hä, 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 hä. So, der Trampoli wieder. Jetzt komm halt. Zack, genau. Ach. So, ne, naja. Wir haben jetzt wieder ein Leben verloren, aber was soll's. So. So, der Lied. Ach, toll. Okay, noch zwei. So, der Lied hat auch einen Gehauen. Oh, perfekt. So, wir machen die Breetzeln fertig. Oh, Mist. Oh, Mist. Nein, ich habe den falschen Topf gedrückt. Ich vollpfosten. Nicht schon wieder, Mann, ey. Ich wollte springen und nicht nach unten fallen. Oh, es ist wirklich sehr gut, Ergun. So. Was mache ich denn jetzt schon wieder? Ach, ich stehe mich schon wieder an. Ja, aber echt dumm. So, mein Gott, muss wieder zwei leben, ey. So, meine Güte, ich stehe mich da an, du zu blöd. So, meine Güte, ich stehe mich da an. So. Oh, so. Ah, endlich haben wir es geschafft. Mein Gott, meine Schwertegeburt. Endlich, endlich, endlich. Mann, 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 du. Was haben wir jetzt? Wahrscheinlich ein B-Rang oder sowas. Dafür habe ich alle Goldmins gestimmt. Das ist mir nicht aufgefallen. Ach, B-Rang. Okay. Nicht gedacht damit. Nicht gerechnet. Koppel. Ja. Dann gehen wir gleich mal einkaufen, würde ich sagen, oder? Oh, für ein Schwertes Laden. Oh, come on. Was nehmen wir denn? Ich habe keine Ahnung. Unsichtbare Spring-Rauchbombe. Bis zum nächsten Mal. Du hast ja leider Sprinten. Ups, ja, ne. Okay. Was soll man hier automatisch ins Pläidieren nachkommen? Mal gucken, ob das was hilft Ach so ist das Okay, doch nicht, Mist Ich lasse es erstmal so wie es jetzt ist Geh mal zu dem Vogelhaus, mal gucken Flugaction, mal gucken, muss man schnell wieder fliegen, oder? Jo Dann machen wir mal Oh, war Was ist denn jetzt? Korzt der mich einfach voll hier Sein Iron Selbstmordvögel hier Ja, und Selbstmordspieler auch Na, was mach ich denn? Nein, jetzt fliege ich schon wieder rein Wie blöd kann man denn sein? Auf ein neues So Ach, jetzt hab ich nicht aufgepasst Mann, Mann, Mann Ich hab auf die Füge geguckt Mann, 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 ey Ach, nee, jetzt bin ich doch reingeflogen Was gibt's doch gerade? Ich dachte, ich wäre ausgewegen Mann, ist Oh, bitte Was ist denn jetzt los? Ach Das war ein Angriff Nicht mal annähernd beim N.D. Nicht mal annähernd beim N.D. So was, aber Ach, die fliegen denn da oben da Ach so Was mach ich denn, meine Güte Ich stell mich da an Ich stell mich da schon wieder an Die ganze Zeit Okay Okay, schönes Oh, was kommt denn jetzt da? Oh, bleib weg von mir Ach, nee Ach, nee Entschuldigung Jetzt müssen wir wenigstens was kommt Ach, nee Ich dachte, ich hätte es ausgewegen Was mach ich denn jetzt hier wieder? Mann Ich kippe mich jetzt Ja, mich selber ärgern Aber jetzt da So Ich dachte, ich hätte es geschafft Weißt du, wo er dann zum Ding geworden ist So Jetzt kommt wieder unser Megamind hier an Ah, nicht aufgepasst Ah, ja, ich habe es geschafft Doch noch Ich dachte es nicht Ich schaff's noch Oh ja Und jetzt hat das hingehauen Oh, jetzt E-Rang, okay Doch auch wieder ein E-Rang Super Super So Gut, dann sind wir schon wieder zwei Stufen weiter So, so Gut, ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen Wenn ja, könnt ihr ja gern abunterlassen Bis zum nächsten Mal Servus 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 Servus